1 und 2 und 3 und 4 und 5 Jo, warte mal, Ente Was geht, warum bist du hier, du Schmalspur? Ey, nenn mich mal die Schmalspur, Junge, du bist selber eine Schmalspur Machst du jetzt ja auch einen auf Fitnessprofi oder was, ha? Ich werd viel breiter als du, guck mal, ich trainier schon mit meiner Handel Ey Leute, als wenn Ente auf einmal jetzt auch im Fitnessstudio ist und ihr die Handel nehmt, Junge Willst du auch krass werden oder was, gib mir ja so ne Handel hier Ich bin schon krass Warte, okay, sag mal, wie viel, du hast schon 300, Junge, was? Ja, 300 Kilogramm und du? Gar nix Ja, Bro, ich brauch ein bisschen länger hier mit Handel heben Ich steh nicht die ganze Nacht hier im Fitnessstudio so wie du, Junge Hä, ich trainier schon voll lange, ich muss das machen, wirklich muss gut aussehen Ja, okay, Bro, weißt du was, wenn du nur so stark bist und so krass bist, ja, dann machen wir so Wer nach 30 Minuten stärker ist, bekommt vom anderen, äh, 100.000 Robux 100.000 Robux, da bin ich dabei, ich werd stärker als du Ja, okay, dann, äh, würde ich sagen, äh, geh mal trainieren, äh, wir machen gleich mal ein Battle gegeneinander hier, ja? Ja, ich trainiere doch schon fleißig, guck mal, ich hab schon viel mehr stärker als du Ja, ja, wir sehen uns gleich, Ente Ey, Leute, ich hab mich ganz kurz gemutet Ey, ihr seht, diesmal ist einfach endlich im Fitnessstudio und er will stärker werden als wir Ich würde sagen, wir haben einen Ass im Ärmel, denn ich werde heute einfach 10.000 Robux ausgeben Um hier der stärkste im heutigen Roblox-Simulator zu werden Deswegen würde ich sagen, wir gehen direkt mal heimlich in den Itemshop rein, Leute Und ich seh, hier gibt es wieder so krasse Sachen Ey, lass uns erstmal hier direkt irgendwas krasses kaufen Wie wär's zum Beispiel, ähm, es gibt nen Gold-Pad für 114.000 Champs Die können wir uns eigentlich easy kaufen Ich würde sagen, wir kaufen uns für 500 Robux direkt mal ein 18.000-Kristalle-Angebot, Leute Denn damit werden wir uns jetzt direkt einfach hier ein richtig teures Pad kaufen In 3, 2, 1 und let's go, Leute Ich würde sagen, wir muten uns und flexen direkt mal ein bisschen mit unserem Pad rum So, äh, Ente, hier, ich muss dir was zeigen, Bro Hä, was musst du mir zeigen? Ja, ich hab mir so ein Haustier gekauft Ich wollte nur mal das rausholen Was, ein Haustier, woher hast du das? Wo gibst du die? Warte, lass mich auch mal trainieren Oh, 1,6 Millionen Ey, warte mal Ey, ey, Ente, warte mal Wo hast du das gekauft? Wo gibst du, Digga? Ey, du cheatest Hä, ich cheat doch nicht Bruder, du warst da gerade noch so krass Du bist ein Cheater, du wächst Wo hast du das gekauft? Wo gibst du die? Warte mal, Bro, guck mal Guck mal, du bist ja so krass Ich mache jetzt mal ein Battle Und zwar kann man sich hier von der Matte runterschubsen Wer hier quasi aus der Matte rausfliegt, äh, der hat verloren Wir können mal ein Battle machen und direkt mal gucken, wer hier stärker ist, Kollege Ich mach dich viel Ich mach dich so platt Du wirst sehen, so Warte, meinst du mal, wir kaufst du dir Komm schon, komm schon Du Hä, was? Das kann nicht sein Du bist dein Cheater, Lubex Du hast gecheatet Äh, nein, Bro, guck mal Ich gehe hier direkt zu den Ausbildenden, äh, Meistern Guck mal, das sind nämlich die ganzen Bossen, die wir fertig machen müssen Und guck mal, den ersten, Bro Ey, der ist krass hier Aber guck mal, den hier Den mache ich easy So Den ersten habe ich auch fertig gemacht, easy gerade Ja, und du kriegst den zweiten auch schon hin, hä? Den zweiten, was ich probierst Und ich glaub, der sieht ja aus wie Seville Seville hat mich gerade fertig gemacht Der hat mich über die Matte geschubst Seville, was soll das, Mann? Guck mal, warum ist das so gemein zu mir? Leute, alle Hashtag Loser Seville mal in die Kommentare Dass wir das Video sehen Guck mal, das sieht doch echt aus wie Seville, oder? Seville, was soll das? Warum bist du so? Genau, bist du so stark, Seville Lass doch mal Ente gewinnen Ja, Ente, du bist ein ganz schöner Nubz Sag ehrlich, Digga Wo kann ich mir so Haustiere wie du kaufen? Ähm, boah, Bro Ich hab das geschenkt bekommen, Bro Ich kann ja gar nicht sagen Du hast es nicht geschenkt bekommen Das hast du dir gekauft Das ist unfair Nein, Bro Ich würd mir niemals was kaufen, Bro So Du auch gecheatest mit deinem Fitness-Tier, hä? Dreh lieber erstmal hier am Glücksrad Wir haben nämlich hier sechs Spins einfach Und Oh, da gibt's ein Da gibt's ein Pet Das gibt dir ein Ah, nein Hab ich das Pet bekommen? Das hat eine Wahrscheinlichkeit von 0,01% Und gibt 15.000 X Oh mein Gott, Leute Was? Wo hast du das Pet geholt hier? Ich geb dir Tipp Oben rechts kannst du am Glücksrad nehmen, Bro Oh, das Glücksrad Oh, hat drei Free Spins Ich hol das krasseste jetzt Ich baue das Pet Wir baue das Pet, Leute Komm schon Das war ganz knapp zu dem Pet Oh, bei mir auch gerade Ey, ich glaub, es ist wirklich richtig schwer Das Pet zu bekommen, Bro Ich glaub auch Ich hab das Pet nicht bekommen Mit den Free Spins Ich auch nicht Ey, wenn's sein muss Ich sag dir ehrlich Ich kauf mir gleich ein paar extra Spins Ich brauch dieses Pet, Digga Ich will das auch haben Das ist so krank, glaub ich Boah, Spins sind aber übel teuer, Digga Okay, warte mal Hab ich ein Pet bekommen? Ne, leider nicht Aber ich hab Tränke bekommen Warte mal Äh, Tränke Können wir ausrüsten jetzt hier Sechs Doppelt dazu Rüsten wir einfach richtig viele aus Und damit müsste ich jetzt sogar Eigentlich richtig gut trainieren können Warte mal Ich geh mal hier aufs Laufband Oh, warte mal Es gibt ein VIP-Laufband Kannst du da drauf? Auf das VIP-Laufband? Natürlich Ich bin VIP Warte mal Hä? Ich hab nicht genug Kristalle Was soll das? Ja, weil du kein VIP bist Aber guck mal Ich bin VIP Ich bin Enter Hallo? 3, 2, 1 Da bin ich doch einmal VIP geworden Du hast schon 3,5 Was? Guck dir mal deine Stärken Du bist bei 6 oder 8 Du bist bei 1 Milliarde Ich bin bei 1 Billion 2 Billionen Wie kann das sein? So schnell Wie machst du das? Jetzt fang an mit deinen Roblox-Cheats Ähm, ja Bro Ich weiß nicht Also vielleicht kaufst du einfach auch mal ein Haustier Was hältst du davon? Hast du keine Roblox? Savile, du musst mir sagen Was Roblox macht Wirklich Der betrügt dir Der redet dich mit mir Okay, ich geb dir einen Tipp, Bro Wenn du ein paar Roblox hast Geh in den Shop rein Und du musst dir so einen So einen goldenen Hund kaufen Okay Den goldenen Hund Den kauf ich mir jetzt Und dann mach ich dich plat Der kostet 500 Roblox Und damit mach ich dich fertig Ja, mach mal Ich beanspruche Boah, ich hab richtig viele Beanspruchungen, Leute Oh mein Gott Riecht geil So Ja, ich würd sagen Ich geh direkt hier zum Professor Und dann würde ich sagen Geh ich direkt in die nächste Welt rein, Bro Echt, die nächste Welt gehst du rein Ich komm jetzt erstmal Den Hundi Bro, die sind doch easy Guck mal, ich hab den vorletzten jetzt Den mach ich easy platt Und komm schon Let's go Ich hab ihn von der Matte geworfen, Junge Und den Endboss auch direkt Zeig aber 5 Millionen Easy Ja, ich hab jetzt den goldenen Hund Du kannst gar nichts machen Oh, ich hab ihn, Bro Ich hab den Boss easy platt gemacht Ja, mach doch mal den Boss Ja, aber gegen Samuel hast du keine Chance Den nächsten Boss mach ich jetzt auch gleich Ich mach den fertig jetzt Guck Guck Samuel, das ist für dich Dafür, dass du gemein zu mir warst Oh, er hat mich wieder platt gemacht Das ist nicht cool Ey, weil bist du so kacke Komm mal her Bro, wir machen nochmal ein Bett gegeneinander Das kann nicht sein Dass du so kacke bist, Bro So, ich tritt jetzt mit meiner Hand Und dann mach ich dich platt Guck mal, die ist viel größer als dein Arm Du hast du auch direkt fast 100 Millionen, Bro Guck mal Ja, guck mal, guck mal Ich bin stärker als du Äh, warte mal Ich bin gemutet Ey, wir dürfen nicht zulassen Das Ente gewinnt Es geht um 100.000 Robux Lass mich mal schauen Können wir noch irgendein Oh, was ist das denn, Leute? Was ist das hier? Oh mein Gott, das ist so teuer, das Pad Egal, Leute Ich hab gesagt Ich geb 10.000 Robux aus Wir kaufen uns das krasseste Pad Für 25.000 Kristalle Hat mich grad 1.000 Robux gekostet Ist mir egal Wir kaufen uns das Nox-Pad, Leute Wir haben's gekauft Okay, wir muten uns Passt auf Er hat's einfach besiegen Let's go So Und der konnte gar nix machen Ähm, yo, Ente, Bro Ja? Ähm, sag mal Hallo zu meinem zweiten Haustier Hä? Du hast nur ein Haustier, oder? Nö Ich hab ein zweites Was? Was ist das für ein Zuhause? Das sieht so stark aus Ähm, warte mal Wie viel, wie viel mach ich jetzt damit? Ähm Wie viel hast du? Was? Wie viel kannst du auf einmal stellen, du Max? Ich hab die größte Adel Ich hab schon Ich hab gleich Ich hab gleich 10.000.000 Warte mal Was? 10.000.000? Niemals Bro, warte, ich gern VIP-Love-Band Warte, warte, warte Oh mein Gott Guck, guck, Bro Guck, wie schnell ich bin Guck, guck, guck Was? Wie schnell bist du? Wie kannst du das so schnell machen? Mal guck mal Deine Zahl geht so schnell nach oben Ich hab jetzt schon 20.000.000 Und jetzt komm mal her hier, du Nu Komm, wir kämpfen jetzt Ja, ich komm, ich komm Ich mach dich platt Guck dir mal eine Handel an, wie groß die ist Bro Wir werden sehen, wer stärker ist Komm, drück Ich drück jetzt richtig Ich spamm meine Maus Komm schon, komm schon, komm schon Ja, ich gewinne Ich gewinne, du hast keine Chance Stärker als ich, Bro Ich bin auch stärker als ich, Bro Du kannst nicht gewinnen gegen mich Ich bin stärker als du Ich würde sagen, wir wenden das Start jetzt mal Let's go Nein, 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 nein Wie hast du das gemacht so schnell? Oh mein Gott Das war unfair, wirklich Ähm, Bro Das tut mir langsam ein bisschen zu affig mit dir Ich glaub, ich muss in die nächste Welt reingehen, Bro Ich sag dir ehrlich Du hast mich vor Seven blabiert einfach Und weißt du, was ich jetzt mache? Ich sag auf Wiedersehen Tschüss Nein, bitte, bitte Ich bin in die nächste Welt reingegangen Let's go Oh, Mann Hey, Ende, du musst ein bisschen mehr trainieren, Bro Ich sag dir ehrlich Ja, ich weiß, aber ich muss mir Pokale verdienen erst mal Guck mal, ich hole hier direkt Oh mein Gott, Bro Ein Handelheb gibt mir eine Billion Guck dir an, ich bin so stark Ich hebe hier die Handel links und rechts und Digga Hey, Bro Es sieht nicht gut aus, will ich Ende 100.000 Robux Also, ne Nein, bitte, Lubex Ich muss gewinnen Ich muss mir Robux selber einsetzen Damit ich gewinnen kann So, der ganz VIP-Laufbahn Oh, das geht aber jetzt relativ schnell hier, ne Ich hab jetzt gleich schon 100 Billionen hier, ne Mensch Ich komm jetzt bald auch in die nächste Welt Und dann mach ich dich da platt Naja, ich trinke erst ein bisschen was hier, ne Ja, ja, lass dir nur Zeiten umwechseln Du wirst schon sehen Ich werd dich besiegen Ey, Bro Ich muss grad gar nichts machen Und hab schon 200 Billionen Ist das nicht toll? Das ist gar nicht toll Du bist ein Cheater Du hast Cheats in Roblox, ne Hey, warte Ich bin ja nicht so gemein Guck mal Ich komm mal zurück zu dir Wo bist du, du lame Ente? Ja, komm zu mir auf Komm, wir kämpfen Wir kämpfen So, Ende Wo bist du, du lame Ente? Ja, ich bin hinter dir Ich bin bereit für den Kampf Mit einer Billion Ja, dann komm mal her Zeig mal, was du drauf hast Oh, ich mach dich Platz Oh, jetzt krieg ich dich erst mal weg, man Nimm das hier Let's go Hey, ich komm hier gar nicht weiter Hey, du brauchst ein bisschen lange, Bro Hey, ich komm nicht Ich komm keinen Schritt weiter Egal wie schnell ich knick, man Lass mich mal ganz kurz auf meine Maus draufdrücken Nein, 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 nein Stopp, nimm den Finger unter Bitte, nimm den Finger von der Maus Bitte Und noch mal Nein, bitte, bitte Nein, nein, nein Oh, Mann Du spielst so unfair Ey, ich geb dir einen Tipp, Bro Wie viele Robux hast du noch übrig? Ich hab noch ganz viele Robux Ja, kauf dir einfach kurz 15.000 Siege Und dann kommt die nächste Welt Da kannst du viel schneller levelen, Bro Okay, dann kauf mir jetzt Siege Dann mach ich dir den nächsten Weltplan Dann wirst du da leiden Oh, nein Bitte, Bro Mach das doch nicht mit mir Ja, guck, du hast schon richtig Angst davor Ich brauch jetzt hier erstmal meine blaue Spur Weil wir sind blau, Leute So, zack Guck mal, ich hab jetzt eine blaue Spur Hä, guck mal Guck mal Yeah Let's go Hier, die blaue Spur kann dir auch nicht helfen Du bist trotzdem eine schmalen Spur Und wirst du verlieren Ja, dann komm in die nächste Welt rein, Bro Hier ist ein Tempel Ich komm in die nächste Welt Okay, ich bin jetzt gleich da So Ja, ich warte Ja, ich bin da in die nächste Welt Ja Okay, lass direkt mal schauen Ob einer von uns beiden den ersten Boss hier Fertig bekommt Den mach ich locker platt Der sieht auch aus wie Savile Ja, okay Dann zeig mal Ich warte Ja, Savile Du wirst das nehmen, so Und? Kriegst du den? Let's go Warte Ich hab den easy platt gemacht Was? Nein Nie im Leben Warte, ich mach den auch Das ist einfach so ein Goku Das ist einfach so ein Goku Nein, warte Warte, warte Krieg ich den auch Du hast den platt gemacht Ja, ich hab beide platt gemacht Ganz easy, wirklich Okay, mach jetzt den Endboss Komm Den Endboss Ja, komm Den Raffi, den mach ich dir auch platt Den besiege ich mit eins So, warte Let's go Let's go Und der hat mich platt gemacht Was? Ja Ja, guck mal, guck mal Jetzt mach ich Raffi Guck mal Waffi ist ein Kinderspiel Hier, guck mal Guck, 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 guck Wie, Mann, schaffst du dich, oder was? Waffi, ich hab von der Matte runtergeschubst, Mann Was? Du hast den fertig gemacht Den Endboss von der zweiten Welt schon Ja, Bro Und weißt du was? Es wird langsam Zeit Für neue Haustüre, hab ich gehört, ne? Das war alles so Glück Man, die du hast so mit Glück gewonnen Du bist eigentlich ein Noob Ja, Bro Wir brauchen jetzt hier erstmal doppelte Siege Dass wir hier auch doppelt so schnell vorankommen, ne? So Zack Dann, ich hab vergessen Mir doppelt ein Bizeps zu kaufen Dass ich doppelt so schnell level Das wird sich aufgeben Was? Doppelt so schnell level geht auch Ja, natürlich, Bro Hier geht alles Zack Zack Das kaufen wir uns auch noch Zack, zack, zack Was gibt's hier noch? Das kaufen wir uns jetzt noch Doppelt sich gewinnen So, so, so Zack, zack, zack Boah, ich nehm jetzt auch meine Tränke Die ich vor allem am Spinnerrad gewonnen hab Du trinkst jetzt erst deine Tränke, Bro Ja, ich trinke jetzt meine Tränke Und dann werde ich noch stärker Oh, Mann So, ich hab jetzt doppelt einen Boost auf alles Ich bin gespannt Wie viel bekomme ich jetzt Wenn ich hier aus Laufbahn gehe Und trainieren gehe Wie viel bekomme ich jetzt? Oh, mein Gott Digger Leute Oh, mein Gott Bro, 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 Bro Komm, wie schnell das geht Guck mal, guck mal, guck mal Hör, wie viel Boah, wie deine Zahl auch geht Ich kann's gar nicht mehr zählen So viel 500 Milliarden oder so Bro, ich kriege pro Rennen Einfach 10 Billionen, Bro Wie machst du das? Wie hast du das geschafft? So viel Ja, Bro Ich hab jetzt einfach ein paar krasse Pads schon Mann, ich hab nur das schlechte Stück gelaufen An dem Preis Das bringt mir gar nichts Bro, ich hab jetzt gleich Hör mal Ich hab jetzt Ich müsste jetzt gleich Eine Trillion haben Komm schon Komm schon Komm schon Du bist groß? Nein, du bist wirklich eine Trillion Die mal Ja Ja, Bro Wir bist ein langweilig Ich glaube, ich gehe in die nächste Welt wieder rein Wie brauche ich denn das? Warst du langweilig? Oh, warte Du brauchst doch für 20 Millionen Segen Warum krieg ich die? 20 Millionen ist doch ein Kinderspiel hier Guck mal, ich mach jetzt hier easy Äh Hier den Ruffy nochmal ein bisschen platt So, Ruffy Komm her Zeig mal, du drauf hast, Ruffy Oh, easy peasy Wie machst du denn so easy platt? Selbst der One Punch Man macht mich hier platt Ja, ich sag ehrlich Du bist einfach Du bist ein Lauch, Bro Du bist einfach ein Lauch Was für ein Lauch? Ich bin viel stärker als du Guck mal, ich schubst hier alle easy von der Matte Komm her, Ruffy Du bist runtergeschubst Let's go Ja, aber nur weil du Noob bist Deswegen Du hast Noob-Vorteile Noob-Vorteile? Guck mal, ich hab eine Trillionen Stärke Wie fährst du denn? Ich hab eine Billion Du haust rein, ich geh in die nächste Welt rein Tschüss Hey, bitte lass mich nicht zurück hier Nein Bro, das ist so ein richtig krasses Gym hier So ein Raumstudio, Bro Ich will ja auch hin, bitte Ich muss stärker werden Boah, warte mal Können wir direkt den zweiten machen? Der hat 1,6 Trillionen Das heißt, Leute Der ist stärker als wir Vielleicht schaffen wir ihn trotzdem Crying, Kyron, komm her Oh, der ist krass Tschüss, tschüss, der ist krass Ja, der hat mich Oh mein Gott, der war krass, Leute Wir kriegen mit dem wenigstens hin Bro, die haben richtig kasse Roboteranzüge bei mir hier Bro, ich will ja auch seh'n, bitte, bitte Lubex, kommt zurück und hilf mir beim Trillionen, damit ich stärker werde Bro, du musst einfach ein bisschen am Laufband trainieren Bisschen am Laufband trainieren Ich bin so schwach, Mann, ich will auch so stark werden So, jetzt hier erst mal ein paar Handeln heben Und 1 und 2 und 3 und let's go, let's go, let's go, man Ach ja, erst mal neuen Trank beanspruchen Zack, dann Wiedergeburt wäre auch nicht schlecht Man kann 25 Stück überspringen, was? Oh Was, was machst du grad? Warte, was? Ey, gar nix, Bro Ich mach Sag, erzähl Nein, ich mach natürlich gar nix hier Nein, Bro Was hast du vor, Mann, du wirst Du cheatest doch die ganze Zeit, du machst deine Hexe, Mann Digga, ich hab 500% Oh mein Gott Das ist so ehrenlos Okay, warte mal Ey, Bro, ich will nix sagen, ne? Ja Aber es sieht nicht gut für dich aus Hey, wieso, wie meinst du? Ich hol dich doch auf, ich hab doch Zeit dafür Okay, lass mich mal zurückkommen zu dir Wo bist du nun, ne? Ja, komm her Hä? Oh, es geht ab Oh, Mensch, 2 Millionen Ja, das ist echt krass Du siehst aber auch so stark aus wie vorher Du bist gar nicht breiter geworden Ähm, Bro, guck mal Ich hab jetzt schon Gleich Komm schon 2 Trillionen Let's go Was? 2 Trillionen? Ich hab auch 2 Guck, 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 guck Ich hab auch 2 Du hast 2 Millionen, Bro Nein, ich hab 1 Trillionen Wirklich? Ja, hast du dich mal ein paar Eier gekauft hier für ein paar Siege, Bro? Oh, hier kann ich mal Eier kaufen Was? Oh mein Gott, du bist ja Du checkst ja echt gar nix, Ente Warte, ich kaufe jetzt ein Ei Und dann krieg ich das krassste Pet daraus Ich kaufe mir jetzt ein Ei für 100... Digga, es gibt ein Ei für 3 Millionen Siege Oh, ich hab das Schlechteste bekommen Warte, ich kaufe mir hier mal eins für 5 Millionen Das ist ein Erdei Hier, was kommt... Episch Wie viel, wie viel gibt der? Der Hund Er gibt... Oh? Der Hund gibt... 300.000 Multiplayer, was? Was? 300.000? Ne, 300 Warte mal, ich muss hier mal aus Zack Ey, das ist ÜBOP, die Pads Pads sind ÜBOP, Bro Ich hab jetzt auch neue Pads Mit den mach ich nicht dann fertig Ich hol jetzt meine Hardlip Gym Und dann trainiere ich wieder Ja, ich brauch... Aber ich krieg' gerade nur richtig schlechte Pads Ich brauch die Maus Die Maus ist krass Ja, du kannst auch mit Maus Ich hab die Maus bekommen 1% Was? Als ob du so viel Glück hast Niemals Ich hab... Ich hab... Bruder Für dein Multiplayer, let's go Niemals hast du das stark rasseste Pet aus dem Shop bekommen Doch, 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 doch Wo ist das? Wo ist die Katze? Boah, die ist ja übel klein im Vergleich Egal Machen wir jetzt noch mehr? Egal, ich... Bro, bro, bro Das ist keine Chance, Ente Das war's Ich hab die Chance gegen dich Ich trainier' gerade die ganze Zeit weiter Und dann mach ich Rafi Platt Danach, bist du dran Ich schub's dich von der Matte, Mann Ja, let's go Ja, komm schon Ich hab ihn Let's go, Junge Ich hab jetzt gerade den One Punch mit gleich fertig gemacht Ich kämpf' gerade gegen den, aber das ist mega schwer Ey, lass gleich da mal den Kampf gegeneinander machen, Bro Ich bin gespannt, ob du mich schlagen kannst Boah, ich hab den One Punch mit besiegt, du wächst Ja, Bro One Punch mit Guck mal Guck mal Ich trainier' jetzt hier mit dem VIP-Laufwand Ich renne Ich hab jetzt schon vier Trillionen, Junge Let's go Wir machen jetzt den Fight noch mal Ja, komm, komm, komm Ich warte auf dich hier in den Lobby Ja, komm her, komm her, komm her Ja, guck dir meine neuen Pets an Ich mach dich platt Was hat man vier Billionen, Bro Was machst du? Hä, ich bin stark in Roblox Ja, okay, sag mal, Bro Okay, warte Jetzt geht mich dir Komm, nimm das, Lubex Ich komm hier nicht mal Ich komm nicht weiter Ich komm nicht weiter Kein, stimmt Was soll das? Wieso? Digga, das ist echt Hä, wie geht das? Ich komm ehrlich Was machst du? Hör auf damit Du Jesus Du bist ein Hacker Ich werde das jetzt und Let's go Nein, bitte Nein Lubex, wir müssen nochmal mal Ich hab grad nur auch Spaßvoll und wirklich Ich hab gar nicht mal gedrückt auf meine Maus Ja, ey, Bro Ich muss weiter trainieren hier, Bro Keine Zeit Wir müssen uns noch ein Pad kaufen Das gibt 150.000 X-Boost Egal, Leute Komm schon Ich pay einer mit Und, 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 und Let's go, Junge Bro Ich hab nächstes Pad Ich hab nächstes Pad Was? Das nächste? Welches? Äh, ja Nochmal so einen goldenen Hund hab ich Wie? Nochmal so einen Hund? Was? Zeig den her Du beweist wirklich Komm in meine Welt Komm Ja, hier, guck Ich hab jetzt drei Stück davon Was? Du hast drei von den Hudes Weißt du wie viel Wie viel Stärke die bringen? Ja, ich weiß, Bro Man, ich bin immer schon auf Billion Du bist schon bei Zilliard oder so So, warte mal Wie viel mach ich denn jetzt? Tschüss, Digga Jawohl, Meister Hohohohoho Kann ich eigentlich rennen und währenddessen? Ne, ja, nicht Oh mein Gott, Bro, Bro, Bro Das geht so schnell jetzt gerade Oh mein Gott, Junge Wie viel hast du jetzt schon wieder, Mann? Ich verliere hier richtig Ja, ja, ja Ich hab jetzt gleich zehn Trillionen Zehn Trillionen, Mann So, jetzt haben wir hier nämlich nochmal Nox Können das ausrüsten So, ausrüsten Warte, ich hab mir noch einen Haustür-Splot gekauft, warte, oder? Ne Zack, jetzt Warte, warte, warte Zwei Pads extra Easy Oh mein Gott, Digga Oh mein Gott, Bro Bro Bro, vorbei Was hast du, was hast du gezogen? Schau, ruhig, Digga Wie schnell geht das? Digga Ich hab zu krasse Pads, Bro Vorbei Was heißt zu krasse Pads? Was hast du alles? Bro Ich mach 122 Billionen in der Sekunde Was? In der Sekunde? Wie schaffst du das? Ja, Bro Ich hab jetzt schon 20 Trillionen Und jetzt kann ich auch den nächsten Boss endlich machen, Mann Let's go Oh, der ist schon Nein, der ist gerade so krass, als ich, Leute Nein Okay, den haben wir noch nicht geschafft Aber dafür müssen wir den eigentlich schaffen, Mann Okay, der ist zu einfach Wir brauchen noch ein bisschen mehr Stärke, Leute Wir haben zwar gut Leben, aber wir haben ein bisschen zu wenig Stärke Ja, was soll ich sagen, Bro Ich trainiere halt einfach ein bisschen mehr als du, ne? Bitte, gib mir auch so viele, bitte, bitte Nein, komm, wir machen nochmal einen Kampf gegeneinander, komm Okay, wir machen einen Kampf und dann mach ich dich platt Warte mal, was ist das denn? Warte mal, was ist das denn? Oh mein Gott Oh mein Gott Was hast du? Komm schon Oh mein Gott, Bro Ich hab ein Geheimnis Ich hab geheimene Geheime Geheime Eier gefunden Die richtig okay sind Wie, geheime Eier? Wo hast du die gefunden? Ähm, gar nicht, nirgendwo Wo hast du die gefunden? Sag Äh, bei so einem Event unten rechts Gibt's richtig krasse Ich will da auch hin, bitte Da gibt's, da gibt's Galaxy Eier Ich hab acht Eier, die ich kostenlos öffnen kann Sag mal, ich kann ich hier Oh, die ist richtig krass, alle, Digga Warte mal, kann ich jetzt Die müsste ich eigentlich sogar upgraden können Warte mal, kann ich die Gold machen? Warte mal, was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Upgrade Ich kann Pets upgraden Nein Niemals Ich upgrade grad die ganzen Pets ab, Bro Oh mein Gott So, sehr gut Und hier kann ich sie vergeuden lassen Nein, da wirst du doch viel, viel stärker Ich will dich doch auf Und ich will doch gewinnen So, jetzt erstmal ein schönes Gold-Pet machen Let's go Nein So So 60% Wahrscheinlichkeit Hat funktioniert Sehr gut So Haustiere Ich hab jetzt hier einen Hund Cyborg Oh mein Gott Warte mal, wie viel gibt ihr da? Du bist schon bei 22 22,27 Trillzillionen oder so Ja, Bro Was soll ich dir sagen halt, ne? So, also Der Klitschhund gibt auch 15 Digga Digga, Bro Ich hab grad so krasse Pets noch freigeschalten Warte mal Was ist das jetzt hier? Wir haben jetzt hier Klitsch-Domian Ausrüsten Klitsch-Katze Ausrüsten Oh mein Gott, Bro Mann, ich bin immer noch bei 7 Millionen Ich hatte grad so Ich konnte grad nicht trainieren Ich brauchte eine Trainingspause Und du bist Was hast du für eine Pets-A-B? Digga, ich bin jetzt Guck dir an Ich hab jetzt schon 23 Trillzillionen Stärke, Bro Was? Ich komm niemals auf deine Zahn Verrag mir deine Tricks, bitte Bro, komm her, wir machen einen Fight jetzt Komm her, komm her, komm her Ich kann das nicht mit angucken Du wirst mich, glaub ich Ich werd dich natürlich zerstören Du solltest es lieber nicht machen, ne? Ich geb dir noch 2 Minuten Danach ist der Entscheidungskampf, Bro Danach wird sich entscheiden, wer der krass ist Ja, das werden wir sehen Ich mach jetzt hier erstmal in meiner Welt Jetzt endlich den schweren Spektrum-Boss fertig Ich hab mich bis eben nicht hinbekommen Oh, jetzt haben wir genug Kraft, Leute Und können ihn fertig machen Oh, Digga Oh mein Gott, Digga, ich bin auch stärker als er, hä? Ich hab mich trotzdem platt gemacht, Leute Was? Der ist zu krass Der ist zu krass, Digga Ette! Ja? Letzte Minute Dann ist M-Boss-Kampf Ja, ja, ich bei mich Ich bei mich Ich klicke die Grenze Ich geb mir mir Wir brauchen mehr Leben, Leute Komm schon Wir brauchen die 30 Trillionen Komm schon Wir haben jetzt 30 Trillionen Stärke insgesamt Er müsste jetzt eigentlich easy sein Ey, komm schon Jetzt ist er dran Jetzt bist du dran und Ja, jetzt schon Digga, was? Du bist ja immer noch stärker als ich Ich bin stärker als du, genau Oh Komm schon Kann ich nicht aufgeben Komm schon Ja, verlierst du gerade Verlier, verlier, verlier Digga, ich hab ihn Oh mein Gott, Digga Ich hab so viele Siege bekommen Oh mein Gott 400 Millionen Siege hab ich bekommen Ich kann jetzt hier Noch ein paar richtig krasse Eier aufmachen Lava, Eier Danach ist M-Boss-Kampf, Bro Nein, 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 nein Du musst noch ein bisschen chillen Gib mir Zeit, gib mir Zeit, bitte Egal Ente Ja? Deine letzte Sekunde hat geschlagen, Bro M-Boss-Kampf jetzt Nein, ich mach jetzt noch Pets auf Und dann werde ich dich zerstören mit den Pets Bro 100.000 Robux Entscheidungskampf jetzt Ja, ich gewinne eh Ja, okay Komm, wir gehen zurück in die Noob In das Fitnessstudio Ja, komm, komm, komm Ich warte auf dich Für die guten OG-Zeiten hier Auf der richtig großen Matte Ich würde sagen Wie viel Stärke hast du denn jetzt insgesamt? Ich habe 14.000 Ich hab 15 Millionen Äh, wie viel hab ich? 30,19 Äh, 1000, wenn der T ist 1000 Aha, stimmt 1000 sind das Ja, 1000 Ja gut Dann würde ich sagen Best of free Drei Fights Komm mir mein Bestes Let's go Ich komm, ich mach dich Blatt, Mann Ich mach deine Maus jetzt Das stört uns nicht Let's go Ich gebe alles Ich gebe alles Ich gebe alles Oh, meine Hand tut schon Wie vom Blick Let's go Ich komm mir kein Stück weiter Ich drück mit meiner Nase einmal Auf meine Maustaste Nein, nein Au, nein Bitte, bitte, bitte Ich muss gewinnen Und noch mal Hör auf mit deiner Nase, nur Wix Nimm deine Nase zurück Nein Nein Ist nicht lustig, Mann Okay, erste Mal geht er an mich, Bro, komm Nächste Runde Okay, jetzt, jetzt mach ich dich fertig So, das ist meine Runde Ich spür's Oh, die ging, die ging aber sehr schnell Huch Du hast mit deiner Nase gechillt Ich weiß es genau Ja, Bro, vielleicht liegt es an der Matte Vielleicht müssen wir auf die, auf die rechte Matte gehen, Bro Weißt du, du hast mit Savvy hier Und der hat mir Cheats gegeben Ja, Savvy hat mir Cheats gegeben, genau Bro, du weißt 100% Du weißt, das ist die letzte Runde Die entscheidende Runde Bro, endlich, komm Ich werde alles geben So, Hund, du gibst jetzt auch Gas Hilf mir jetzt Ja, okay, komm Let's go Jetzt gebe ich Gas Let's go Ja, ich komme vorwärts Ich komme vorwärts Let's go Komm schon, komm schon, komm schon Bitte, bitte Ich hab echt einen Durst, Bro, ne? Oh Gott, hör mal vor Hä, du klickst gar nicht Hm Äh, nee, ich trink gerade Ich trink, ich trinke gerade, Bro Du hast keine Hände, der Vaush, oder was? Ach so, nee, aber ich drücke einmal, warte Oh, so Nein, 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 nein Nein, 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 bitte, bitte Oh, ich komme noch ein ganzes Stückchen vor So viele, 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 viele Nein, 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 bitte, bitte, bitte Händse 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 Ich würde sagen, wir beenden den Feind 2, 1, 2, 1 Ja Nein Du definition Nooooooo! Let's go! Äh, Blueix, die Robux, äh... Ich glaube, äh... 100.000, Bro! Ich muss ganz schnell los! Ähm... Wie jetzt? Ente, 100.000 Robux kriege ich! Ich muss ganz schnell los, ey! Ente! Ah, weg hier! Weg hier! Ich muss weg hier! Ey, Alter! Nein! Er ist einfach gegangen. Ey, Leute, er hat mich reingelegt, Junge! Er ist einfach abgehauen mit meinen Robux! Ey, ihr müsst alle in die Kommentare reinschreiben, dass er meine Robux geben soll! Egal, Leute! Beim nächsten Mal holen wir uns die! Wenn euch das ganze gefallen hat, lasst einen Daumen hoch oben da! Abonniert! Check unbedingt die Ente ab! Auch wenn mit meinen Robux einfach abgehauen ist! Aber ich würde sagen, check da eins! Diesmal Videos ja ab, Freunde! Das sehen wir uns im Moment an! Wir sind raus! Ciao!